Ey! Ist er verreckt? Die haben halt die Spawns überarbeitet und keine Sau weiß mehr, wo jetzt wer spawnt. Und jedenfalls waren dort immer Konsterroch-Surfer, also aufs Sofa gehen, wo 18 gegen 18 gespielt haben. Also hier auch zur Radarstation die Antennen abchecken, oder? Ja, genau. Und dann zurück zum Radiotauer. Beutel, wir sind so blöd. Du hättest auch da rüber noch gemacht. Ja, da rennen wir gleich hin. Das, das wir hier checken, die Antennen. Beutel mehr rechts. Jetzt müssen wir wieder über die scheiß Fläche rennen. Bestimmt mit der Grafik nicht. Manchmal blinkt das auch so. So Lichtblitzer. Ja, das hab ich auch abzu. Das hielt mir richtig auf den Sack. Die scheiß Toss will ich nicht. Aber gibt's nicht auch irgendwie eine Quest, wo du eine Toss abnehmen musst? Ganz am Anfang. Wohin müssen wir jetzt? Achso, die hat's Beutel bestimmt dann schon. Ins Hauptgebäude, ne? Ja. Ja. Fuck. Na dann, los. Können wir wieder über die scheiß Wiese rennen. Boah, ey, der hat schon wieder keine Ausdauer, ey. Heute ist es aber komisch. Woran liegt denn das? Das war gestern nicht so, bin ich mir sicher. Hm. Vielleicht rennen wir heute mehr als gestern. Hm. Man weiß es nicht. Man munkelt noch. Ja. Die Wissenschaft steht vor Rätsel. Du musst jetzt da oben, siehst du die Satchel und dann müsst ihr hin. Ja. Wir müssen hier rüber rennen. Genau. Bin da. Ah, ah, es geht vor uns. Brot. Nochmal taktischen Nachwärts. Schau was. Mist. Hört ihr das? Oh ja. Hier drehts jemand. Wer nervtest du? Ja. Es geht. Alter, was war er denn so stabil? Hier vorne liegt auch einer, wo seid ihr jetzt? Das sah aus wie, was gibt es hier, warte mal, wie sehen den Sanitars Idioten aus? Er sah irgendwie ziemlich gutgekehrt aus, fand ich. So dicker Helm und so ein Spaß. Geh rein. Schau, was? Er lasst mich ja nicht allein, ich muss mich gerade mal zusammenflicken. Oh scheiße, ich habe noch nicht in der Medizin mit. Hier ist jemand. Bist du das mit der Aschen an der Dendee? Ja, hier ist jemand, ne? Es schießt aber hinter mir. Ja. Es kam von der Treppe da vorne. Treppe? Ja, wo wir reingekommen sind. Nee, nicht da. Oder? Nicht? Das kam von da hinten, oder? Was heißt denn jetzt hinten? Ja, wo das Loch in der Wand ist. Ach so, okay. Also ich häng immer noch hier an meiner schimmlichen Kammer rum. Dann lass es jetzt mal hochrennen, oder? Wartet. Er ist halt dort, ne? Hier heizt sich jemand? Ich? Wohin, wo bist du? Äh, hier gegenüber. Ach da, ich sehe. Ich sehe dich, ich sehe dich. Und ich glaube, die Schüsse kamen von dort vorne. Oder? Ich sehe dich auch. Was heißt denn jetzt immer vorne und hinten? Nach dem Loch, da wo es noch ist, in der Wand. Ist das jetzt vorne oder hinten? Der Beutel guckt vor, deswegen nach vorne. Also, der Beutel guckt den Gang runter zum Loch in der Wand. Ja. Aber Matze, du warst ja... Ich sehe euch nicht. Du warst ja näher hinten. Du warst ja näher hinten. Du warst schon Schritte. Der läuft. Ich bin das. Hattest du das Gefühl, die Schüsse kommt von dort? Ja, irgendwie schon. Wir müssen ja bloß hochkommen. Ja. Erstmal. Ja. Der ist aber oben. Oh, schön. Salima. Der ist in der zweiten, oder? Ja, der war direkt über mir. Also, wenn das hier... Das ist der erste, wo wir zu mir. Ja. Ich nenn's gerne Erzgeschoss, aber ja. Ich trau mich nicht da hoch, ne? Das ist halt der Punkt. Okay. Ja. Jetzt neben mir. Wo? Schieß den, Alter. Der ist an der Treppe. An der Treppe? Der ist auf der Treppe. Ich bin dran vorbei. Ich bin quasi hinters Loch gerannt. Ich bin im Loch. Okay. Der war auf der Treppe. 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 Ich bin hängen auf der Treppe rum. Ich geh hoch. Ich bin auf dem Gang. Okay. Der hat eben mal getroffen. Ich bin tot, Alter. Leck mich am Arsch. Der war auf dem Balkon draußen. Hat einen. Okay. Weiß nicht. Der sah nicht aus wie der, den ich vorher gesehen hab. Hat mir geholfen, dass er abgesaftet hat? Und haben das in Quarkbällchen verpackt. Und die haben sie dann rübergebracht zu diesen Streberidioten. Und die so, oh ja, geil, noch schön warm und so. Ey, ich hab nur die Beine gebrochen. Oh, scheiße. Weil ich da runtergegriffen bin von dem Ding. Den Stein. Ey, das ist doch nun keine Höhe, Alter. Hallo? Du willst mich doch verkackeiern. Dann geht er doch los. Ey, wenn du guckst, Alter. Wie die in Burms oder so. Ja. Oder auf Frisor. Wie die da runter springen. Und hier brichst du dir die Beine, Alter. Also manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Da loben ist das jetzt nicht. Ja, keine Ahnung. Das ist ja auch keine Höhe hier. Aber das merken wir uns. Ja. Oh. Da unten war einer am Wasser. Ein Skeff. Rechts am See oder links am Fluss? Rechts am See. Kasten. 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 Ja. Ey, da hat wohl die Granate überlebt, sag mal. Ach, Alter. Ach so, ein armes Schwein. Nichts weiß ich. Ja. Oder nur das ist er rumgerannt. Nichts. Weg hier. Dafür riskierst du nur deinen Arsch. Süßen kleinen Arsch. Geht mal ins Haus rein hier. Ja. Ich hab noch kurz mein Magazin nach. Oh, das kommt hinten von der Brücke, ne? Richtung. Ja. Ja. Ey, der Idiot. Das ist noch ein Skeff. Ja. Aston. Lebst du noch? Ja. Lebst du noch? Ja, ja. Alter. Schießt er einfach. Ich hab ihm gar nichts getan. Ich hab auch nicht auf seinen Kumpel geschossen, das warst du. Du. Ey, du kriegst ja doch 1.000 Yardstarren, oder? Wenn du immer nur ins Grüne guckst und versuchst Gegner zu entdecken. Ja. Gar nichts, ja, ja. Ja. Also. Ich muss noch 25 mal Sturmann erschießen. Ah, schon. 100 mal Killer. Killer. Ah, naja, das mach ich nicht. Nein. Alter, musst du schon echt Langeweile haben. Hm. Oder echt Interchange Liebhaber sein. Also ich beides nicht bin. Ja. Also weder Langeweile noch bin ich Interchange Liebhaber. Hm. Ich meine, ich finde alle Maps geil hier bei Varkov. Aber es ist irgendwie... Mit unserer ein bisschen Spielzeit kannst du nicht auf allen Hochzeiten, auf allen Hochzeiten tanzen. Du musst ja dich fokussieren auf was. Hm. Ich hör was von rechts, draußen. Skev. Skev. Ich will einfach nicht sterben. Ja. Ich konnte nicht anvisieren durchs Fenster. Schade. Ich war zu nah, glaube ich. Ja, still und ganz schön rum. Achso, er fleucht noch. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. Der Hund. ist wirklich in Idee gesächst oder so. Alter. Links. ja schrotflinten heini nö nö spieler er ist rumgerannt ums haus ja läufst du draußen ja jetzt stehe ich er läuft hinten noch rum was heißt denn im grün um die draußen im hinterm schweinestall ist er wollen wir ihn in die zange nehmen und wollen wir rüber zum zu tun Lass uns mal gucken. Da gibt man ja doch einen PMC. Mhm. Ich hab aber jetzt keine guten Schlüssel mit, außer den Market Key. Den hab ich auch mit, ja. Da war ich noch nie drin in der Hütte. Manchmal gibt es da geilen Scheiß, manchmal gibt es da gar nicht. Also das ist... Ich seh die immer dort Waffen finden. Ja, da ist ein krasser Container dran. Scheiß, ich kann auch in der falsche Richtung. Das ist noch nie passiert. Oder wir treffen Graschala, das wär auch cool. Ja. War schon geballert. Ich bin hier im Raum vorher. Entschuldigung. Wo ist der? Der kommt zu dir hinter. Nein. Verreckt euch meine Granate, du Idiot. Ich hör das alles noch. Ich bin doch im Spiel. Ich auch, aber meine Granate, ich hab das geklamiert. Jetzt! Ist er verreckt? Ich glaube er ist noch verreckt. Ach du bist auch schon geschoppt? Ja klar. Er kam an, ich wollte gerade schmeißen. Ich hatte keinen sonst.